Tanzt du, Sir? Tanzt du? Natürlich. Wie könnte ich nicht? Aber wie? Wo? Wann? Also, zum Beispiel, du bist zu Hause, legst einfach Musik auf, volle Lautstärke, rockst du zu Calibali? Für mich ist Tanzt nicht wegen der Musik, die gespielt wird, sondern einfach wegen dem Rhythmus, den ich mit dem Leben gefunden habe. Wow. Wir wissen, dass du ein Partylöwe bist. Komm schon. Nun, meine Party ist normalerweise überall ausgestrahlt worden. Die Leute wissen also, dass wir in den Maraschivaratri-Nächten zwölf Stunden lang tanzen, von abends 6 Uhr bis morgens 6 Uhr. Der wilde, der wilde OG. Matthias Vielen Dank.